So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge des Afterchecks und zur vierten, zur fünften und zur sechsten auch. Ja, die einen oder anderen fragen sich gerade schon, hey, warum ist denn jetzt noch kein Video online? Es ist doch Mittwochmittag und normalerweise sollte dann Folge 3 vom Aftercheck erscheinen. Da habt ihr recht. Aber, ja, am Montagmorgen hatte ich die Videos alle umgewandelt, also die sechs Aufnahmen, die wir am Samstag gemacht hatten, hatte die ersten zwei auf YouTube hochgeladen und diese dann auch schon mit dem Thumbnail versehen, mit Videobeschreibung und Tags und so weiter und so fort, sodass die dann auch schon planmäßig um 12 und 16 Uhr online gehen konnten. Das hat er auch wunderbar gemacht. Die anderen vier Folgen habe ich dann einfach in den Upload gepackt und habe angefangen zu arbeiten. Irgendwann mal, da habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet, zig Stunden später, beziehungsweise schon am Nachmittag, habe ich dann gar nicht gecheckt, was denn jetzt mit den Uploads ist. Ich hatte das YouTube-Fenster auch aus oder geschlossen irgendwann mal. Und nach Feierabend habe ich dann meine, ja, temporäre Zwischen-SSD-Platte mal aufgeräumt natürlich, wie man das so macht, weil die umgewandelten Dateien oder die RAW-Dateien von den Aufnahmen brauche ich ja sowieso nicht mehr, weil war ja alles umgewandelt. Also habe ich mal alles rausgeschmissen. So, da habe ich auch Feierabend gemacht. Am anderen Tag dachte ich mir, ah, abends, nein, nachmittags, dachte ich mir, ah ja, jetzt muss ja noch die vier restlichen Folgen in YouTube mit Summails wieder versehen und YouTube-Beschreibungen, Texts und Werbeunterbrechungen, die ganzen Shit halt. Und da habe ich meine vier Folgen gesucht. Und die waren nicht da. Und dann dachte ich mir so, ah, da ist wohl was beim Upload dann viel geschlagen und öffnete meinen Ordner und wollte dann eben nochmal ganz schnell die Videos hochladen. Und dann fiel mir ein, in dem Moment, wo ich meinen Ordner öffnete, dachte ich so, oh Shit, ja, du hast ja gestern aufgeräumt. Leider war der Kack nicht mehr da. So, das heißt, es fehlen jetzt wirklich die letzten vier Folgen von unserem Aftercheck. Da habe ich das in der Gruppe geschrieben, in der WhatsApp-Gruppe. Die Jungs haben dann gesagt, ja, was machen wir jetzt, nochmal aufnehmen oder so. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Nee, ganz ehrlich, nein. Das sind viele Stunden und zeitlich bei mir ist es momentan echt einfach nur der Horror. Ich habe jetzt noch anderthalb Wochen, dann habe ich endlich mal wieder Urlaub nach langer, langer Zeit. Da hätte ich das gemacht. Aber jetzt in der Form, dass ich mich da jetzt wieder irgendwie mit den Jungs dann Wochenende einen Termin gemacht hätte, das wäre auch wieder, es ist so schon schwer genug, alle zusammen zusammen zu bekommen, sodass man ein paar Stunden aufnehmen kann. Deshalb lassen wir das jetzt. Der Aftercheck, er hat sowieso nicht so die Resonanz anscheinend. Ich mache eine kurze Zusammenfassung an der Stelle. Also, passt auf. Ed wurde über Gelsenkirchen gelästert. Von mir nicht. Ja, doch auch. Ich weiß ja nicht mehr. Wolfsburg zum Beispiel wurde gesagt, es ist eine Mannschaft mit soliden Bundesligaspielern. Das heißt, sie werden auch nur einen soliden Tabellenplatz bekommen. Keine Jungs jetzt, die irgendwie für Überraschungen sorgen. Ausreißer weit nach oben. Ausreißer aber auch auf der anderen Seite nicht weit nach unten. Bayern verdienter Meister. Dortmund hat es in vielen Spielen einfach verkackt. Leipzig wollte bestimmt mehr als nur Platz drei. Also mindestens schon Platz zwei. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Leverkusen wird auch nicht gerade glücklich sein. Wir waren vollen Lobes über Gladbach. Ach, das kriege ich noch hin. Frankfurt. Da meinten die Frankfurter Jungs, dass die Eintracht garantiert zufrieden ist mit dem Saisonverlauf. Da war ich ein bisschen kritischer als die. Paffi hat sehr viel zu allem erzählt. Fabi hat viel Unsinn erzählt. Das übliche halt. Es ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Weil es waren schon noch ein paar interessante Ansätze dran mit dabei. Aber es war auch teilweise wieder mal sehr lustig. Und da ärgert es mich schon, dass diese Folgen natürlich weg sind. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Und nochmal aufnehmen will ich jetzt nicht. Da möchte ich dann lieber doch die Zeit nutzen. Samstag zum Beispiel überlegen wir, ob wir mal wieder nach langer Zeit streamen. Und zwar mit der mehr oder weniger alteingesessenen Godi LPQ. Das heißt, mit der Sid und der Bolty, der Paffi, der Fabi. Ja, Tonno hat ja kein Internet. Ist Tonno eigentlich Godi LPQ? Ich weiß es nicht. Und der Salrock und das Ding. Die Leute halt. Wir wollten da irgendwie vielleicht Tabletop-Simulator spielen. Entweder Secret Hitler oder Cards Against Humanity. Die irgendwie so ein ganz normaler, schöner, gemeinsamer Abend. Ich weiß nicht, ob wir das so hinbekommen. Wir arbeiten momentan dran. Und da fällt der Samstag dann auch schon wieder weg. Und die Zeit, die mir dann auch in der nächsten Woche bleibt oder so. Und auch den Jungs für den Fußballtalk. Inklusive Dänis dann, wollen wir dann lieber doch für Gerüchte oder würde ich dann lieber doch für Gerüchtefolgen aufnehmen. Und dann müssen wir uns ja auch irgendwann mal schon mal so langsam oder sicher geistig damit beschäftigen, dass wir irgendwie, gut, das wird für den Vorsaisonstart passieren, die Pre-Check-Folgen aufnehmen. Und natürlich noch für die Euroleague und die Champions League noch ein paar Sachen machen. Ja, das halt. Ich denke, da geht genug Zeit drauf. Und da bin ich ganz ehrlich gesagt nicht willens, jetzt da nochmal irgendwie die After-Check-Folgen nochmal nachzuholen. Vor allem, man weiß ja, wie es ist. Es wäre dann nicht so, wie es beim ersten Mal wäre. Also, tut mir leid. Es ist, wie es ist. Witzigerweise habe ich genau von dieser Festplatte, die ja eigentlich wirklich nur als Aufnahme-SSD dient. Mehr Sinn hat die nicht. Die habe ich natürlich nicht in meinem, für die Leute, die es wissen. Ich arbeite ja eigentlich mit Datensicherung hauptberuflich. Und die habe ich natürlich nicht in meinem Datensicherungsplan mit drin. Warum auch? Alle anderen Platten wäre ich das Ding, aber die natürlich nicht. Also, auch da war irgendwie kein Daten-Restore möglich oder sonst was. Und gut, es ist, wie es ist. Es tut mir leid. Viele haben sich wahrscheinlich darauf gefreut. Und wir haben uns ja auch natürlich darauf gefreut, von denen, die die Folgen sich reinziehen, dann auch ein bisschen Feedback zu haben. Es hat nicht sollen sein. Es war mein Fehler. Auch wenn die YouTube-Uploads nicht klappten. Ich habe halt einfach nicht gecheckt, ob die Videos da sind. Und habe dann munter meine Dateien gelöscht. Und dann hätte ich checken müssen. Aber nochmal, jetzt ist arbeitstechnisch echt momentan, seit Monaten, seit dem ganzen Corona-Shit eigentlich. Also irgendwie seit Februar ist nur noch volle Power. Ich hatte dann im April vor Urlaub. Und da war hier am Haus noch einiges gemacht, wie er musste. Jetzt habe ich ihm die ersten zwei August-Wochen-Urlaub, wo er beim Garten noch einiges auch gemacht werden muss. Man kommt halt nicht zu Ruhe. Da vergisst man schon mal, gegenzuchecken, ob auch die Videos wirklich oben sind. Gut. Das hätte ich. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir es dann hinbekommen, am Samstagabend, wenn ihr seht, oh, der Gotti ist mit dem Stream online, dass ihr da mal reinschaut. Und ich hatte so ein bisschen nostalgische Gefühle und habe mal in der Gruppe, letzte Woche glaube ich schon, oder vorletzte Woche, habe ich gesagt, Leute, wie sieht es mal aus? Ich möchte mal wieder was mit euch machen. Und dann kam dann halt wirklich die Sid zum Beispiel, die auch gesagt hat, ja, ich auch, wann kann es losgehen? Sie hat mich dann noch beleidigt, aber das ist halt Sid. Da dachte ich, sie beleidigt, ich weiß nicht mehr. Und der Banff und der Sting sowieso und Fabi auch. Und ja, Puffy, Bolti, muss man gucken. Und Tonno hat halt, wie gesagt, noch kein echtes Internet. Ja, aber wie gesagt, die zähle ich eh nicht zu der Kodi LPQ von damals halt. Aber er darf natürlich auch mitmachen, das ist ja gar keine Frage. Also, wenn ihr seht, der Stream geht am Wochenende online. 20 Uhr rum meistens, denke ich mal, würde angepeilt werden. Seid dabei, würde mich freuen, da viele von euch auch im Chat zu sehen. Und ansonsten, Fußballtalk, kann ich euch noch nicht sagen, welche Folge als nächstes kommt. Aber wir werden uns da was einfallen lassen. Vielleicht werden wir auch als kleine Entschädigung irgendwie was nehmen, wo ich auch mal drauf Bock hätte. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir uns irgendjemanden einladen, der jetzt zum Beispiel Fan von einer Bundesligamannschaft ist. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Sting, der uns dann was irgendwie über Bremen erzählen würde. Vielleicht jetzt eine abgelaufene Saison, was er sich erhofft für die neue Saison. Aber auch ein bisschen irgendwie, ja, zu der Geschichte von Bremen und uns dem Verein allgemein mal so ein bisschen näher bringt. Warum er Bremen sympathisiert oder favorisiert und so weiter und so weiter. Vielleicht finden wir da jemanden für so eine kleine Special-Folge. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Also, wir werden uns da was einfallen lassen und nochmal Entschuldigung, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Glaube ich. Achso, die Platte, meine temporäre SSD, ist jetzt auch aufgenommen worden in meinen täglichen Sicherungsplan. Das heißt, dass die Chancen gering stehen, dass mir sowas nochmal passiert. In dem Sinne, sorry, macht's gut. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020